Hallo Hundefreunde, willkommen bei Skiwobber Deluxe, dem neuen Kanal rund um den Ski. Ihr überlegt euch einen Hund anzuschaffen? Eventuell sogar einen Skiwobber? Dann wird euch dieses Video helfen, die richtige Wahl zu treffen. Nun zu mir und meiner kleinen Juna. Ich heiße Anita und ich habe mir nach sechs Jahren Überlegung meinen ersten Ski zugelegt. So eine Anschaffung sollte wohl überlegt sein, denn ein Hund benötigt sehr viel Aufmerksamkeit und Training. So wurde der Gedanke Hund immer wieder in den Hintergrund gedrängt. Ich bin zwar mit Tieren groß geworden, allerdings ist es schon etwas anderes, selber für ein Tier zu sorgen und verantwortlich zu sein. Viel Erfahrung mit der Erziehung eines Welpen hatte ich somit vorher noch nicht. Im letzten Jahr fing ich an, im Internet nach Züchtern für Chihuahuas zu schauen. Über die Webseiten, eBay Kleinanzeigen und Deine Tierwelt habe ich mir auch ein paar Privatverkäufe vor Ort angeschaut. Allerdings war es erschreckend, was einem da angeboten wurde. Ein, zwei Jahre alte Hunde, die noch nie den 10 Quadratmeter Garten verlassen haben und extrem überforderte Besitzer. Senioren, die sich einen Welpen zugelegt haben und nicht damit gerechnet haben, dass der Welpe Beschäftigung und Auslauf benötigt. Was dabei aber immer im Vordergrund stand, war das schnelle Geld. Was mit dem Tier letztendlich passierte, war ihnen egal. So etwas wollte ich einfach nicht finanziell unterstützen. Auch wenn es mir schwer gefallen ist, die Tiere zurückzulassen. Wie der Zufall es so wollte, bekam ich über Bekannte den Tipp, dass eine private Züchterin demnächst neue Chi-Welpen haben wird. Ich habe mir die Telefonnummer geben lassen und sofort bei ihr angefragt. Es stellte sich heraus, dass eine ihrer Hündinnen demnächst gedeckt werden sollte. Sie schickte mir Bilder von den beiden Elterntieren und danach war mir klar, dass ich bei ihr meinen ersten Welpen kaufen werde. Am 23.10. wurde dann die kleine Juna geboren. Drei Wochen nach der Geburt durfte ich sie dann zum ersten Mal sehen. Natürlich war ich sofort hin und weg von dem kleinen weißen Fellknäuel. Die Maus blieb bis zur 10. Woche im Rudel und ich habe sie ein, zwei Mal die Woche bei der Züchterin besucht. Dadurch war die Bindung bereits vorhanden und der Umzug war unproblematisch. Nun ist die Juna sieben Monate alt und ich könnte mir ein Leben ohne meine neue beste Freundin nicht mehr vorstellen. Natürlich gab es in dieser Zeit immer wieder Auf und Abs. Aber davon erzähle ich euch, wenn ihr davon hören wollt, ein anderes Mal. Schreibt mir dazu in den Kommentaren. Ich werde immer wieder gefragt, warum ein Chi-Wawa? Diese Hunderasse trennt die Meinung der Menschen wie keine andere. Viele denken bei Chi's an kläffende und bissige Riesenratten. Andere wie ich sehen in ihnen den vollwertigen Hund im Mini-Format. Das Problem sind die Menschen, die sich für diese Rasse entscheiden und mit diesem quirligen, energiegeladenen Charakter völlig überfordert sind. Denn durch Unterforderung entwickeln sich die kleinen Energiebündel schnell zum unerzogenen Rüpel. Internet und Co. preisen diese Rasse für Senioren und pflegeleichten Anfängerhund an. Der immer gern auf der Couch liegt und bei schlechtem Wetter nicht raus will. Auch hier auf YouTube gibt es selbsternannte Hundetrainer, die diesen Irrglauben weiter verbreiten. Und genau das ist das Problem. Wer so etwas sucht, ist bei dem Chi-Wawa an der falschen Adresse. Ich kann euch dann empfehlen, einen 1-5 Jahre alten Hund zu suchen. Unterschätzt nicht die Arbeit und Pflege, die ein Welpe benötigt. Gerade in den ersten drei Monaten musste meine Maus alle anderthalb Stunden raus. Und das bei jedem Wetter und die gesamte Nacht hindurch. Erst ab dem vierten Lebensmonat kann ein Welpe seine Blase selber kontrollieren. Bis dahin sind Ausdauer- und unfreiwillige Nachtwanderung-Programme. Chis sind intelligente, ausdauernde, lernwillige und sportliche Tiere. Sie eignen sich hervorragend für Agility-Training und Tricks. Juna kann mit ihren sieben Monaten bereits fünf Tricks. Sie benötigt jeden Tag, egal ob bei Regen oder Sonne, mindestens ein bis zwei Stunden Auslauf und Training, um ausgelastet zu sein. Mittlerweile läuft sie zuverlässig neben dem Fahrrad und das tägliche gemeinsame Joggen darf natürlich auch nicht fehlen. Bei dieser Rasse handelt es sich um einen vollwertigen Hund, der ein bisschen mehr kann als seine großen Vertreter. Denn beim Shopping kann Juna in die Hundetasche und darf so in viele Geschäfte rein, die normalerweise für Hunde verboten sind. Und fliegen ist mit Ski auch kein Problem mehr. So habe ich meine kleine Freundin immer dabei, sogar im Urlaub. Wer sich für diese Hunderasse entscheidet, bekommt einen aktiven, intelligenten, treuen und verschmusten Vierbeiner, mit dem man einfach alles machen kann. Aber unterschätzt diese Rasse nicht. Unterforderte Tiere werden schnell zu kläffenden und bissigen Nervensägen, die mit Genuss eure Einrichtung auseinandernehmen werden. Wer mehr als sechs Stunden täglich außer Haus ist, sollte sich keinen Hund anschaffen. Erst recht kein Chihuahua. Überlegt es euch also gut, bevor ihr euch ein Tier anschafft. Außerdem bedenkt, dass Chihuahuas durchschnittlich älter werden als andere Hunderassen. Der älteste Chi Megabyte wurde unglaubliche 20 Jahre und 265 Tage alt. Euer neuer Buddy wird euch also eine sehr lange Zeit begleiten. Ich hoffe, euch hilft dieses Video bei der Kaufentscheidung. Folgt uns auch auf Instagram. Dort findet ihr regelmäßig neue Posts von unseren Touren und News. Den Link zu unserer Page findet ihr unten in der Infobox. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, zeigt es uns mit dem Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube und Erfolg beim Training mit euren vierbeinigen Freunden.